Einst bereisten wir die Länder und trafen plötzlich auf ein sprechendes Kaninchen. Keine Zeit, keine Zeit, keine Zeit. Keine Zeit, keine Zeit, keine Zeit. Aber wir konnten es uns eine paar Stunden sozusagen ans Lager heranlocken mit unserer Musik. Und als es plötzlich aufhörte, auf das Zeiteisen zu starren, meinte es, ich bin eigentlich auch musikalisch. Ich habe mal ein Lied geschrieben. Das bringe ich euch jetzt bei. Und von diesem weißen Kaninchen, das überhaupt keine Zeit hatte, wollen wir euch jetzt ein Lied spielen. Es bereiste nämlich auch den fernen Balkan. Und deswegen, kreativ wie wir sind, nannten wir dieses Lied aus dem Balkan von einem Kaninchen, Balkaninchen. Das war euer Einsatz. Und keine Jugend ist los! Was? 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 Mhm! Was? Ja! Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018